12. März 2005 Mutter Gottes Meine lieben sühnenden Kinder, Es ist der brennende Wunsch meines Herzens, die Liebesflamme, immer mehr über euch und über die ganze Menschheit ausströmen zu lassen. 13. Ich habe euch eingeladen, durch euer betendes, sühnendes Leben hierbei meine Mitarbeiter zu sein. 14. Die im Geiste der Liebesflamme geleistete Sühne ist ein sehr wirksames, seelenrettendes Mittel. 15. Deshalb bitte ich, dass die Sühne durch die Liebesflamme für euer religiöses Leben ein prägendes Merkmal sei. 13. März 2005 Mutter Gottes Meine lieben sühnenden Kinder, 14. Ich habe die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens ausströmen lassen, 15. um euch durch sie zum Gott der Liebe und des Erbarmens zu führen. 15. Durch meine Liebesflamme werdet ihr reicher Gnaden teilhaftig, 15. Aber auch jene, für die ihr unter Berufung auf meine Liebesflamme betet. 15. Betet und sühnt im Geiste der Liebesflamme. 16. Dies ist eine sehr wirksame Form der Sühne, die Gott wohlgefällig ist. 17. Euer betendes, sühnendes Leben wird Gott umso wohlgefälliger sein, 17. je mehr euer ganzes Leben ein Zeugnis für euren Glauben ist. 17. Meine Kinder, lebt in Liebe und im Einvernehmen in der Familie, 18. am Arbeitsplatz, in eurer Umgebung. 18. Überall dort, wohin ihr kommt. 19. Man muss nicht so viel von der Liebe reden, 19. sondern ihr entsprechend leben und handeln oder eben schweigen und dem Nächsten zuhören. 19. Ihr müsst lediglich mit guter Absicht, mit gutem Willen anfangen, 20. Ich segne euch durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens, 20. damit ihr unter meiner Führung Tag für Tag auf dem Weg der Liebe weiter vorankommen könnt. 20. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 20. Amen. 20. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. 21. Amen. 21. Amen. 22. Amen. 22. Amen. 23. Amen. 24. Amen. 24. Amen.